Hallo, ich habe eine Anfrage zu tun. Wollen wir wissen, wie oft Sie den Einsatz der Vergangenheit machen. Luis, wie viele Betreide fändest du in einem Monat? Nun, das kommt darauf an. Ich habe meine Freundin ungefähr 100 Nachrichten. Ich sende meine Familie circa 50 Nachrichten. Ich bin mag nicht Nachrichten senden. Was ist für Sie ein Wichtigen? Das Nachrichten oder Briefe in deinem Leben. Warum? Wir sind in 2050 Jahren. Ich liebe Schreiben, Tags Nachrichten als Briefe schreiben. In diesen Tagen ist schneller und leicht ist besser. Denn ein Test nachrichten ist praktisch. So, glaubst du, dass es jemanden gibt heute und ich versenden? Ja, lieben und die romantischen Sachen nie verspielen. Hey, was magst du da? Meine Schwester hat ein Geschäft. Meine Schwester bekauft elektronische Geräte mit Katalog. Ich kann das Katalog sehen? Natürlich. Ich mag die kleine gelbe Kamera. Was denkst du? Ich denke, dass die kleine Kamera an Herzlichten ist. Okay, aber ich mag sie auch. Ich mag auch der große Computer mit blauen Linien. Ja, er ist schön, aber der ist größer. Sehe ich den Laptop mit schwarzer Farben als die andere an. Ich mag es nicht. Diese Handys sind sehr femininen. Ja, das ist richtig. Ich finde, diese Handys sind sehr femininen. Was für einen Beruf hat Julian Heiner? Er hat eine informelle Arbeit oder er hat nicht die Art von Beschäftigung. Was für Hobbys hat er? Eine hausgemachte Hobby. Seine Hobby ist Musik hören und spielen auf dem Computer. Was für Plänen hat er? Urlaubsreiseplanung. Was für Freunde hat er? Er hat eine schöne Freundin. Wie finden Sie Julian Heiner? Ich finde, er ist der Typ Mensch, der die Unordnung macht.